Hi, schön dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich wollte eigentlich nicht so schnell wieder ein Tarkov Video machen, aber das letzte Tarkov Video ist einfach so gut angekommen, dass ich für den Kanal jetzt schnell mal noch eins mache. Recht kurzfristig, geplant war es nicht. Ich habe ganz andere YouTube Projekte und Tarkov war eigentlich so als zwischendurch mal geplant. Aber damit diejenigen, die jetzt den Kanal auch wegen Tarkov abonniert haben, auf ihre Kosten kommen, gibt es dieses Video jetzt mal zwischenrein. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, liked und kommentiert das Video. Ihr kennt die Sache. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es hat mich ein bisschen überrascht, sehr sogar, wie gut das angekommen ist. Und ja, ich hoffe, ich werde dem gerecht und wir gehen ins Spiel. Für wen es interessiert, hier ganz kurz, das Equipment hatte ich mir schon zurückgeholt von der Versicherung, ist wieder da. Habe ich zwischendurch mal gemacht, die Tage. Aufgeräumt ist mein Stash immer noch nicht. Kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Und ja, damit gehen wir rein. Ich habe mir ein paar Sachen aus den Kommentaren zu Herzen genommen. Unter anderem wurde gesagt, ich soll viel mehr Munition mitnehmen. Habe ich gemacht. Ich habe jetzt mehr Munition dabei. Dann bin ich wohl an zwei oder drei Quests vorbeigelaufen. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo die sind. Das werde ich mir jetzt mal gucken. Wenn ich da vorbeikommen kann, werde ich das natürlich mitnehmen. Ja, und ansonsten sehen wir uns gleich im Raid. Nun, der sucht jetzt hier schon seit vier Minuten. Ich gehe mal auf zurück. Und ich glaube, mir ist was aufgefallen. Ich habe, glaube ich, keinen Rucksack. Oder? Ich glaube, ich habe keinen Rucksack. Ey, zum Glück hat er so lange gesucht. Jetzt konnte ich, jetzt kann ich den noch schnell ausrüsten. Habe ich echt vergessen, einen Rucksack anzuziehen? Das gibt es ja gar nicht. Ja, gnadenlos, ey, ne? Okay, also gut. Wir starten einen neuen Versuch. Diesmal mit Rucksack. Das ist jetzt saudumm, ne? Ich habe keinen Gamesound in dieser Aufnahme. Es tut mir furchtbar leid. Da ist irgendeine Einstellung im Aufnahmeprogramm verloren gegangen. Aber das ist jetzt der zweite Raid. Ich zeige es euch trotzdem. Keine Ahnung, ich werde irgendein anderes Geräusch drunter legen. Sorry, Leute. Ah, na endlich. Ich habe jetzt mittlerweile schon zweimal das Spiel geschlossen. Einmal alte 4 gedrückt. Hatte eine Fehlermeldung beim Verbinden. Und war dann noch im Raid. Und jetzt bin ich tatsächlich drin. So, let's go, Tarkov. Du wirst dich niemals ändern. Was ist das hier? Wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich jetzt gespawnt? Wo bin ich gespawnt? Wo bin ich gespawnt? Ah, okay. Ich muss hier noch ein Maschinengewehr suchen. Das ist da oben drin. Hier in der Ecke Weiß ich leider nicht Wo die Spawns sind Für die PMC Bots Wird ja wohl hoffentlich Keiner hier drin sein Ging es hier hoch? Ich glaube ich konnte hier hoch Zum Maschinengewehr Ja Jetzt hoffe ich, dass hier nicht noch ein anderer War das nicht da hinten? War das hier? Hier ist es glaube ich Ja Sehr gut Teilquest erledigt So, das ist der Granatwerfer Und ich glaube das Maschinengewehr ist da hinten oben drin Und dann muss ich nach da hinten In das Parkhaus Und dann dahinter ist der Emmercom Exit Das müsste der Ausgang sein, den ich dann Den habe ich auch als Ausgang Den ich nehmen muss für die Quest Und dann muss ich noch medizinische Items finden Ja, jetzt habe ich das Spiel das letzte Mal so gelobt Dass ich so schnell reingekommen bin Und hatte heute solche Probleme Aber geht schon klar Ich habe jetzt diese Aufnahme auch ohne Stream gestartet Also das ist tatsächlich YouTube exklusiv hier gerade Ich dachte Da hinten wird geballert Das ist tatsächlich so schnell Ich brauche halt Medizin-Items, deswegen ich glaube, hier können welche drin spawnen. Schraube nehme ich auch mit, Toilettenpapier, was ist das hier? Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie viele PMC-Bots hier immer pro Runde drin sind. Das, oh, 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 noch einer. Das war einer. Glaube ich. Das war noch einer. Ich hoffe, das war es erst mal. Scheiße, ich habe kein Ding dabei. Fuck. Ich kann meinen Arm nicht fixen. Ich habe vergessen, das Item zum Arm fixen mitzubringen. Ich bin die ganze Zeit am horchen. Ob ich nochmal Steps in der Nähe höre oder irgendwen rufen oder so was. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen ein Problem. Wieso habe ich nicht nachgeladen? Okay, habe wohl nicht nachgeladen. Ich dachte, ich hätte einmal nachgeladen. Wo ist er? Nein, laufen. Nein, laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 So Ja, jetzt hätte ich natürlich gerne ein CMS oder so dabei Ich will die beiden, die ich hier gekillt habe, auf jeden Fall angrabbeln Aber das sind normale Skeffs, so wie es aussieht Nee, tatsächlich, das waren PMC-Bots Ich kann halt leider nicht erkennen, was das für Munition ist Da bin ich noch zu schlecht drin, als dass ich sehen würde was das hier für Munition ist in diesem AK-Max Deswegen Wo ist er? Scheiße, ich sehe ihn nicht Den anderen will ich auf jeden Fall auch looten Vielleicht hat einer von denen ein CMS dabei Damit ich meinen kaputten Arm reparieren kann Wo ist er, die Schweinebacke? Skeffi, Skeffi, Skeffi Hab ich ihn gekillt? Nee Da war er doch gerade Wo ist er jetzt hin? Da War das der einzige? Ich hoffe es Oh, das ist glaube ich eine gute Amor Hier Rasa ist glaube ich eine gute, ne? Shit Ich habe schon ein CMS oder irgendwas Oh, eine Kiste Ob er da Äh, ups Jetzt muss ich hier mit dem kaputten Arm rumlaufen Ich weiß hier auch gerade nicht Auf der Map Wo so Medical Sachen sind Da ist ein, da ist ein Krankenwagen Ich bin mir jetzt nicht sicher Ob ich dort Das Kit finden kann, das ich brauche Aber ich werde es probieren Äh Kann ich den aufmachen? Nee Ich bin das Gefühl Ich bin schon ewig hier drin Und noch keinen Meter weit gekommen Bist du ein Ah, du bist ein Okay Ein Loot Loot Körper hier Einfach irgendwie Kein toter Bot Okay Da kann man nicht durch Also ich Also ich vermute Dass ich hier rechts in dem Gebäude jetzt gleich Gesellschaft krieg Aber das ist auch ungefähr der Weg Den ich nehmen will Na Noch nicht alles trinken Nur ein bisschen was Hab eh volles Wasser fast Aber egal So ein Schlückchen Hydriert bleiben, Leute Okay Also ich werde es mit dem Gar nicht mit den Bots rumärgern tatsächlich, jetzt die zu looten. Erwarte hinter jeder Ecke einen sitzen, ne? Mit dem kaputten Arm, ne? Zum Glück ist es nur einer. Oh, 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 oh. Der hat lange auf mich geämmt. Na bitte. Da haben noch ein paar geschrien. Glaube ich. Es könnte natürlich sein, dass das dem seine Sterbenslaute waren. Ne, ich will hier nicht raus. Wie viel Zeit habe ich noch? 13 Minuten. Hier ist es natürlich saudumm, jetzt gerade dieses Magazin nachzuladen, weil da von da vorne halt, da können überall welche sein. Glaube ich. Komm schon, CMS. Was bist du denn? Gift. Rattengift. Okay. Ob ich damit meinen Arm wiederherstellen kann? Fragwürdig. Ich höre hier rechts drinnen, welche laufen. Ja, ich laufe hier jetzt einfach vorbei. Okay. Da liegt auch einer. Ich glaube, hier auf dem Parkplatz müsste irgendwo... ein Quest-Item sein oder sowas. Jawohl, hier ist er. Perfekt. Drei. Ich habe Steps gehört. Ach, da. Hey. Na bitte. Ja, gar nichts. Das ist erst mal gut. Dann haben wir noch 10 Minuten. Das ist auch gut. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Scheiße, ich habe das Maschinengewehr vergessen. Ah, kacke. Da bin ich drunter hergelaufen vorhin. Ah, verdammte Axt. Lauf ich da jetzt nochmal hin? Ne, das ist dumm. Lol. Hat der mich erschreckt, ey. Ich sag ja, hinter jeder Ecke, hinter jeder Ecke kann einer rumgammeln. Ich glaube nicht, dass ich jetzt das Magazin noch brauchen werde, aber ich lade es trotzdem mal durch. Ich fahre mir gerade von rechts. Irgendwie hatte ich gerade im Urin, dass rechts von mir gleich einer um die Ecke kommt. Oder mich zumindest aus der Entfernung sehen kann. Wenn er da hinten aus der Tür rausguckt. Deswegen bin ich mal weiter hinter die Ecke gelaufen. Aber hier ist keiner. Keiner zu sehen jedenfalls. Ich will den kurz angrabbeln. Ehring nehme ich. Nun, ich glaube, das hier ist der Emmercom-Exit, den ich nehmen muss. Neun Minuten. Skev-Control.coop. Scheiße. Ist da hinten Emmercom vielleicht? Oh oh, da rennt einer. Ja, der ist mir gerade egal. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch spontan. In acht Minuten. Schauen, wo die Ausgänge sind. Oh oh. Ich bin auf der anderen Seite von der Map. Ah, hier ist ein Medical Center. Nice. Musste ich hier auch was machen? Teilauftrag. Nice. Gibt es hier... Oh, Extraction. Nice. Das hier ist also der Emmercom-Exit. Ja, perfekt. Okay, ein bisschen... Ich hatte... Ja, ich hatte schon ein bisschen Schiss gerade. Dass ich es vielleicht nicht raus schaffe. Ah, zwei Bears und zwölf Kills insgesamt. Ja, läuft. Und ein paar... Und ein paar Quests fertig gemacht. Ja, alle die wegen Tarkov hier sind, auf dem Kanal. Ich werde auf jeden Fall Tarkov weitermachen. Wie gesagt, eigentlich wollte ich es als spontanes Projekt für zwischendurch, wenn mich das andere Zeug nervt oder ich keine Lust auf Souls-Likes habe und sowas. Aber wenn ihr das wirklich jetzt so gut findet, dann kann ich, glaube ich, einmal die Woche auch ein Tarkov-Video dazwischen schieben. Lasst es mich wissen. Und bis dahin, danke fürs Einschalten. Haut rein. Tschüss. Tschüss.